hallo leute und willkommen zurück zu einer kleinen runde hide and seek here on minecraft hive.de kommen keinen plan ein premium server habe ich ja auch schon mal erwähnt dass wir auf dem meistens spielen es macht sehr viel spaß und in der letzten folge habe ich gesagt dass ich mal herausfinden werde was man mit den tokens hier machen kann und zwar gibt es einen token shop da kann man sich für spiele sachen kaufen und so zum beispiel freischalten 4000 tokens dass man eine kiste auch sein kann oder andere blöcke oder dass man sehen kann wie viel oder welche art noch da sind das relativ cool ich kann jetzt den stein leuchtfeuer ja ich nehme leuchtetfeuer ich weiß noch nicht welche map und ich kann ihn nicht wurden da ich keine ahnung habe was was ja eine map ist also ich muss einfach das leuchtfeuer wie gesagt weil ich finde das immer schön auffällig unauffällig aber es geht jetzt los ja ja ich bin das leuchtfeuer wo sich toll aus und ich weiß nicht ob das so gut war für diese map ich glaube wir werden einfach stein besser gewesen dann muss ich jetzt mal gucken aber irgendwie muss es ja schon leuchtfeuer geben jeder ganz oben drauf aber ganz lustig aber wie komme ich auf die häuser hey komm mal eine melone da will ich essen scheint man irgendwo rein oder hoch zu können ist auch keine eingänge das ist sehr schade es sind einfach nur irgendwelche blöcke und ich will jetzt angstreck am anfang entdeckt zu werden weil ich einfach kein gesteck versteckt finde so hier oben ist auch noch nichts alter krass hier kann man ja gar nicht verstecken also man kann nirgendwo rein gehen das ist ja mies ist ja richtig richtig mies da komme ich auch irgendwie irgendwo rein alter was für ein scheiß sieg ihr dürft einfach mir vorbei ok da kommt gerade ein block aus oh scheiße ist er hinter mir ja der ist hinter mir ich muss es schaffen abzuhauen ja ok ich hatte einfach eine kack auswahl und konnte nichts finden von los und twitter ja genau da komme ich nicht hier raus hier haben wir die leiter wieder vorgemacht dass man nicht durchkommt das so dass man es sich sieht wie viele leiter ist noch übrig fünf stück in dieser block jetzt mal nicht doch ich habe es euch doch gesagt was der lauf mehrere blöcke auf einmal rum es ist deren ernst was ist denn da los ich will leute killen ich will leute killen kommt schon ich will kill sich für punkte ich will mir andere blöcke kaufen wir halten sieg verdammt ich wollte nicht hier von uns schlagen das ist mein kill du wirsten wir nicht stehlen ich habe gedacht er läuft in der sackgasse der läuft in der sackgasse komm schon nein ich habe nur einmal getroffen einen anderen block der links habe ich auch gesehen wehe du kriegst den kill tatsache klaut mir den kill so ein leule konnte man rein krass hier hätte ich mich rein stellen sollen aber sollte ich wissen können dass hier ein weg ist also dass das ist hier reingeht ich habe diese map wirklich noch nie in meinem leben zuvor gespielt krass in den hof alte hier drin ist auf jeden fall das beste versteck man ist ehrlich ich habe den typ doch verloren nein im städter tatsache ja komm schon ich krieg den kill ja ich habe 20 punkte bekommen ok da war auch schlechteren block als ich noch aber wenigstens hat er sich positioniert anstatt als ich anstatt als ich anders wie ich natürlich so hoch habe ich gerade umgelegt ja diese scheiß schneeteile jetzt komme ich hier nicht rein ich will hier rein hier könnte man sich auch verstecken hier rein zu gehen aber hier könnte ich mir auch vorstellen dass andere leute sich darin verstecken das wollte ich sagen also ich mein sprachkünstiger ad tut mir leute so hier kommt man natürlich rein und ich wette hier ist auch irgendwo noch einer drinnen guck mal hier ist leuchtfeuer also wieso macht es hier schon wieder tsch als ob er irgendwo ein gegner jetzt wieder wäre ich habe keine ahnung das verwirrt total aber wir haben auch nur noch eine minute zeit es gibt noch sieben leute die sich verstecken und ich habe erst einen kill bisher und ich bin nicht gerade der beste so ich hoffe bei der nächsten werden wir eine bessere bekommen ich muss noch mal gucken ob diese videos ein intro bekommen weil letztes mal habe ich zuerst das intro reingepackt und wollte sie dann konvertieren und dann kam mein konvert überhaupt nicht damit klar und was dann daraus geworden ist also und was dann daraus geworden ist ist dass ihr eben die letzten videos in so einem großen format habt dass es für mich eigentlich so gut wie unmöglich ist sowas normalerweise hochzuladen weil ich habe da wirklich 600 minuten darauf gewartet da hieß halt in 600 minuten wird dieses video veröffentlicht das habe ich zum nachmittag gemacht gucke ich abends drauf in 600 minuten wird dieses video veröffentlicht ich weiß okay die runde hat geendet die heiter haben gewonnen also wie immer schade ja die besten waren halt mit sieben kills ich bin halt kein guter seeker aber ich würde die gerne noch sehen wo waren die naja es ist zu ende wir fallen aus der erde raus okay wir sind wieder da es hat wieder spaß gemacht also tschüss bis zum nächsten mal tschüss Bis zum nächsten Mal.